Glaub ich Ich hör die ganze Zeit hier Schüsse, aber ich seh keinen Wir sind über Leichen im Wasser Es ist Sören und Mike Ich bin es nicht, ich bin innocent, da steht unten links, ich kann ein Foto machen, wenn du willst Ja Ist das so? Du bist es! Ich wusste es! Was? Ey, ich will dich identifieren, wie geht das? Okay First e to search, alt e to search covertly Da, Theorist, this person was a traitor Ahaha, du kack, du Vielleicht wird man kontrolliert Wer ist der zweite, wer ist der zweite? Wer ist der zweite? Wie hast du mich denn? Ich war doch gar nicht da Er teert sich, wieso schießt auf mich Ja, weil du auch jemanden angeschossen hast Wo Mike ein Bobby ist Ja, Michael ist schon so ein richtiger Bobby Wieso hast du die Leiche nicht kontrolliert? Ähm, könnt ihr die beiden Spectator kicken, damit Mary turnen kann? Ja, kann ich gerade machen Danke Wen soll ich kicken? Loser oder Moses? Beide! Loser! Ja, du musst auch schon eine Rezeln schreiten Jetzt kannst du rein Du musst halt unterschreiben Also, ist es nur noch einer übrig? Ja, Sören Ne, Sören ist tot Äh, ist jetzt dieser Film, ist es dieser Filmstar? Also werde ich jetzt die nächsten einfach töten, ist 50-50 Die nächsten, die ich sehe Die nächsten, die ich sehe Oh, nice headshot, nice headshot Nice headshot, nice headshot Also ich hab, äh, ein Tee gedrückt und dann, da war ein Tee drin Da war, in den Sachen, da war so ein Tee drin, dann stand, äh, this person was a traitor Ja, das wird aber rechts angezeigt Und bei mir wurde da nix angezeigt, deswegen hab ich auf dich geschossen Ja, mir wird das rechts angezeigt, ich hab nur das Invertar geöffnet und dann stand da, äh, this person was a traitor Ich bin Traitor Was jetzt? Ich bin noch Traitor Ist hier gerade jemand geschossen? Ja, Sören Autsch, hör auf funded...? Hey, 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 hey! Hey, 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 Suchdi Bot! Suchdi Bot! Suchdi Bot! Hey, 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 hey! Put on your weapon, put on your weapon! Sören wird her Du Lain, die do it Sören ist inno, THC, geht rein. Ich glaub auch Sosti-Bot ist es. Ich bin Sosti-Bot, das ist die ganze Zeit. Ich bin inno, ihr habt's gehört. Ich hab voll wenig Kame, Alter. Au 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 au, ihr brennt vorm Turm. Ja ja, jetzt geht's rein. Sosti-Bot hat so ne scheiß Granate geworfen. Oh, ich bin der Detective, ich hab's schon mal umschießen, weil ich mir das müsste nicht aufpassen. So, Sören, Shadow Kingfist und THC sind inno. Ja, würd ich auch sagen, wenn ich... Ich glaub Yannis ist es. So, Leute. Ich glaub auch Yannis ist es. Ihr kommt jetzt mit anher, ich hab den Würfel der Wahrheit. Den Würfel der Wahrheit. Wir bringen den Ring jetzt nach Mordor und dann finden wir raus, wer Yannis ist. Ich glaub, Michael ist es. Das ist ne Lüge. Ich glaub Yannis ist es. Ich glaub, Yannis ist schon längst tot. Da oben ist einer. Nee, der liegt noch. Yannis ist noch. Ich bin eigentlich Indo, eigentlich. Warum schießt du denn auf den Detective, du, du? Eigentlich. Ja, komm her, hört. Du hast doch Blut. Oh mein Gott, du hast Blut. Such die Bot und Sörens in ihrem Leuchtturm. Ah, ich hab fest. Ah, ich hab mich jetzt identifien. Ah, ich hab mich jetzt identifien. Achso, das war die Fandeln. Micha ist es. Oh, hi. Michael. Moment, Autsch. Wo ist denn der? Ja, da. Ja, jetzt geht er hin. Ja, ist okay, ich geh ja schon. Ja, geh doch hin. Ja, okay. Ja, raus. Ja, ich auch hier schon. Ja, geh doch. So. Äh, dann komm mal her. Ich muss deine DNA testen. Habt ihr Yannis schon getestet? Was willst du? Ich wurde schon getestet. Nein, deine DNA muss ich testen. Ja, Yannis, geh mal rutschen. Wo bist du? Oh mein Gott, du hast AIDS. Yannis, geh testen. Ja, super. Ja, ey. Oh. Yannis, ich bin die Tickle. Yannis. Yannis. Da war Twitter. Autsch. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Ach, ja. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist schon richtig scheiße. Ich killte hier irgendwo rum. Läuft alle beim scheiß Tester rum. Wir können ja auch ohne Tester machen. Wieso? Nein, man muss mit Tester machen. Das ist ja der einzige Möglichkeit, wie wir rausfinden, wer Traitor ist. Ja, aber so testest du einen nach dem anderen. Ja, dann musst du halt armumäßig reingehen. Dann nimmst du den M4 und machst bumm, bumm, bumm. Ich hab aber keine mehr. M4 würde ich jetzt nicht nehmen. Ja, dann nimmst du halt einen MG oder so. Keine Ahnung. MG würde ich auch nicht nehmen. Mike auf den Turm. Ey, hör auf. Mike. Das war's mit Detektion. Mike, du bist tot, wenn du mir jetzt Traitor bist, ne? Du bist tot, wenn ich jetzt Traitor bin. Oh, ich weiß nicht, du bist tot. Wir sind jetzt stuck irgendwie, ne? Nein. Wer hat sie? Das ist schon. Ich hab dich gepackert. Ich hab dich nicht mehr weiter. Okay, ich geh erst mal runter. Oh, ich komm nicht hoch. Hey! Ich hab doch nur in die Luft geschossen. Okay, ich geh mal schwimmen. Moment, wer ist hier noch in Leuchtturm? Aha! Mike hat auf mich geschossen. Ey, ich hab dich nicht geschossen. Mike ist es. Yandis, jemand hast es. Mike hat auf mich geschossen, der ist in Leuchtturm. Ey, ihr brennts. Ihr brennts. Ich glaub, bin aber innocent. Geh da durch und geh zum Tester. Du bist ein scheiß Traitor. Ich hab das jetzt vorher abgelaufen. Ich mach die Gläser kaputt. Ah! Dann hat jemand eine Granate geworfen. Wer hat eine Granate geworfen? Das war... Doch die Botte, oder? Yandis, glaub ich. Oh mein Gott! Yandis, geh mal rutschen. Wieso wurde ich gerespawned, ey? Ja, weil ich dich nur getasert habe. Ach so, cool. Bedeutet das jetzt, ich bin... Inno? Nein. Nein, du bist Traitor. Und bist wahrscheinlich vergewaltigt. Nein. Ja, dass du Traitor bist. Geh da rein. Ey. Schon fertig? Malke ist der Traitor. Hier oben ist ein Leiche drin. Ja, geil. Malke ist es. Die hat sie jetzt schon gebracht. Malke ist der Traitor. Malke ist der Traitor. Malke ist der Traitor. Was ist das für ein Raum? Der los bei mir? Nur für Traitor. Wenn du als innocent reinläufst stirbst du ein. Oh, oh, lol. Hab ich doch gesagt. Und was kann man da in dem Raum? Als Traitor... Was bringt einem der Raum? Ach ne, mein ist tot. Nevermind. Ja, da war ich vorne drin, aber ich wusste auch nicht wirklich, was ich von da aus mache. Ah, okay. Wenn du das Glück gehabt. Ja, die letzte Runde hast du Glück gehabt. Ich bitte. Geh mal wieder bitte noch mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal bitte noch mal rein. Geh mal bitte noch mal rein. Dann ist geh mal rein. Ja. Dann ist geh mal rein. Wie kann man den Spectator einstellen? Also dass man Spectator bleibt, wenn eine neue Runde anfängt. Geh mal als Spectator bleiben. Ähm, ich glaube Sören ist es. Weil es wird so viel. Ich bin wieder hoch. Dreh dich einfach auf. Ja, okay. Ich guck mal. Ich stehe da dann sowieso nur einfach doof rum. Das ist scheißegal. Wenn dann irgendwie... Der letzte noch überlebt, dann wissen wir, ob es ein Traitor ist oder nicht. Äh, Sören ist Traitor, ne? Er ist im Turm. Und wer hat das gerade gesagt? Äh, Jandis. Er ist im Turm. Ich habe auf ihn geschossen. Erste Etage. Oh. Oh. Ah, getesert. Ist er. Dann ist er. Du nu. Ich kann mal dazu, wenn ich einmal auf ihn schieße? Äh. Ich glaube schon mal 50 kam, er dazu gekommen. Jandis, komm mal her. Wir müssen ihn töten. Okay. Gehen wir ihn begraben. Ja, dann kannst du noch. Bring seinen Arsch erst zum Bluten. Nein, wir müssen ihn hinrichten. gestureslos. Stopp. Michael oder CAC-Saison. Das ist tot! Na, das war mir lebt. Tan, das darfst du nicht sagen, ja auch. Nein, was! Mann, das sieht man doch! Komm, doch. Was nimm mir drin, ne Pisse! Ach so, ich bin miss-in-action. Ach so, sorry. Ja, also, da sind die Leichnäure nicht identifiziert. Ah! Also, wenn du, Spektator bleiben will, jetzt muss ich auf den Drich. Lass du dich fragen! Man runterspringen dann, oder wie? Ja! oder du spielst einfach so hätte ich aufs wasser fällst die ich konnte erst mal aber ich habe einen umgang du musst Prozent Vereins drücken dann auf Settings und ganz unten steht Spektakel und die Mord noch mal doch nicht weiter ich bin dass er in dieser Zeit haben wo sind der goldene blauweich ist auch der Rettmann so dass er steht die Kälte er glaube ich an der Hand als Innocent muss man überleben und als Traitor muss man die Innocent töten alle die Innocent sind bitte mal oben zum äh und was? zum Haus kommen oben zum Haus? niemand weiß halt was der andere ist ja ja, die Suchtibot hat nämlich den 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 ok, das ist egal wo ich hinlaufe, ja und Mary ist Detective, also du bist auch Innocent was? ok und du hast ne schöne Gute oh, danke ok ich bin selber zornig aber ok der Traitor-Tester ist an ich muss ja gar nicht irgendwie wow, ich muss ja gar nicht springen oder so Leute, THC, THC, rein da, rein mich in den Traitor-Tester ich seh gar nix, das ist so richtig Mary ist Detective, ihr könnt mir vertrauen und wenn du THC ist es, Leute THC ist es wenn sie hier mal hochkommen würde hey ja, ich komm hin ja, an der Seite ist die behindert? ok ich laufe einfach nicht da her ich glaub Yandes was, ich hab nicht immer ne Granate, ich hab ne MC-Wimfing auf hey Yandes, was du? so, jetzt ich hab grad versucht, das den Leuten nicht rauszukommen bei Shrestling ey, irgendjemand schmeißt da diese scheiße Wegstoßgranate ja, Yandes Yandes ist es ich hab mich dabei gesehen was mach ich jetzt? äh, in dem Traitor-Tester ist ne Granate drin, ich würde da irgendwie weggehen äh, ich weiß ernst au Woa Woah iniz soviel eres ced Gott chovre Wir können uns trauen und trauen. Uns beiden. Wir werden die besten Freunde. Oh mein Gott, wir können mit dir wenig Freunde sein. Also Jan war ein Traitor. Sketch war ein Traitor. Ich hab zwei mitgenommen. Ich glaub, Jan und Suchtibot waren's. Ich weiß nicht. Ich wollte dich erst nicht ganz schließen. Ich glaub, ich bin Traitor. Wir haben uns so lieb. Hast du's dagegen? Du, Olo-Gamer, 99. Olo-Gamer. Und ein Goldblock hast du da. Ich brenne. Oh mein Gott, wir stecken ineinander. Wir stecken ineinander. Wir sind gleichzeitig ins Portal gegangen. Ich schieß auf mich. Der Detective Mary, der klärt auf, wer der Böse ist. Das ist scheiße, Mann. Weißt du, wie du das schaffst? Er hat den Goldblock weggeworfen. Ich hab gedacht, er macht das mit Absicht. Aber wir müssen mir mal die verschiedenen Klassen eben kurz erklären, weil es bringt mir nichts. Es gibt nur zwei Klassen. Es gibt nur drei Klassen. Traitor, Innocent und Detective. Der Traitor ist der, der alle töten muss. Der Innocent ist halt der, der unschuldig ist. Da ist ein Yolo. Oh mein! Und der Detective ist der, der die auch klären muss. Mary! Killed Mary! Killed Mary! Oh shit! Killed sie! Killed sie! Killed sie! Ich glaub's ja nicht! Killed sie! Killed sie! Du hast gesagt! Killed sie! Was solltest du jetzt laufen? Oh fuck! Yo, Alter! Yo! Sorry, Mike! Yo! Was ist denn? Du meinst, äh... Du hast dich identifiziert! Das ist wahr! Ich war unter Schock! Okay, Micha ist der Zweite! Ich hab's gesagt! Micha ist der Zweite! Micha ist der Zweite! Ja, sag ich ja! Du hattest mich... Du hast gesagt, ich glaube, Mary ist dick. Hatte ich nichts anderes übrig, als dich zu scheinen! Das hab ich nicht gesagt! Du hättest auch... Auch gut... Das haben wir doch... Das haben wir doch... Das war mir gar nicht ich! Ja, ich hab's gesagt! Ja, Micha war's! Mary hat halt gesagt... Mike hat's gesagt, aber da hat sich... Ey, wer schießt denn hier? Ach so... Sorry! Ja, das hab ich jetzt auch gesagt! Doch, die Bot hat gerade erschossen! Ja, du hast den Goldblock weggeworfen! Ich hab' gedacht, du bist Traitor! Hey! Ja, hab' ich auch gerade gesehen! Und er war in... Ey, ich glaub's Ding ist das Traitor hier! Yandis! Ja, ich glaub auch! Also wenn ihr glaubt, dass es jemand ist, bringt ihr ihn um! Und wenn's falsch ist... Dann kriegst du dieses Karma! Ja, Shadow ist! Shadow ist! Shadow ist! Und wenn du... Tab drückst, siehst du ja... Und wenn das zu niedrig ist, äh... wirst du anscheinend vom Server gekickt! Das ist doch voll scheiße! Und du machst halt weniger Scherben! Und dann nicht vor die Map wechseln, bevor man vom Server... Oh, du hast richtig wenig Karma! Und man macht... Ach! Kommen dann wieder alle Vollkram? Ja, auch Tandai war auch schon sehendet, obwohl das nicht war! Ja, das wäre dann praktisch besser! Ja, okay! Was verdächtigst du mich auch? Ey, bist du das Shadow? Ja, was denn? Das war... 25% Chance, dass du's bist! Nee, 330, ey! Ja, mach's bei 50! Es ist Shadow! Bin's ich? Du bist es! Ich bin's hundertprozentig nicht! Nein, ich bin's nicht! Ja, mach's bei 50! Ja, da muss es ja Ding jetzt sein! Ja, der Mike ist es! Ja, ihr sagt's so wie jetzt, ne? Ja, ich bin's ja nicht! Also von daher weiß ich! Ohhhh! Shit! Das war krass! Das war Aim-Bot! Aim-Bot! Ja, äh... Wie kommst du da eigentlich hoch auf den Tor, Sörn? Ganz, ganz oben drauf! Ja! Ding! Jo! Jo! Ja, man kann mit Minecraft hochfliegen! Ja! Fuck! Aber du kannst ja wohl auch abstürzen! Ey, die Waffen sind voll ungenau und scheiße, man! Das ist so mega verkackelt! Ich hab voll wenig Karma nur noch! Ich hab voll wenig Karma nur noch!